Moin Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark, mal wieder aus dem Homeoffice, der neue Community Talk. Und ihr habt mir wieder sehr viele Fragen gestellt, auch einige, da habe ich schon mal reingeluschert, einige, die ich natürlich so gar nicht beantworten kann. Dann zum Beispiel die erste Frage, Moin Scholle-Transfer von vertragslosen Spielern noch möglich, wer würde dir einfallen? Ehrlich gesagt würde mir tatsächlich gar keiner einfallen, weil vertragslose Spieler sind oftmals auch schon eine längere Zeit raus aus dem normalen Training und brauchen wiederum eine Zeit, um integriert zu werden, deswegen würde ich sie gar nicht erst nehmen. Dafür ist dann die Rückrunde doch zu kurz. Das ist ähnlich übrigens wie bei Leihspielern, die man aufbauen muss. Ich hoffe, dass der neue Spieler, Chuck Vitaze, dass der nicht so viel Eingewöhnungszeit braucht, wie es sich zumindest jetzt ein wenig anhörte in den Äußerungen von Tim Walter, vom Trainer. Aber ja, da können wir noch hoffen. Insofern hoffe ich, dass ich milat.xt91, dass ich deine Frage einigermaßen beantworten konnte. Und ja, ich gehe einfach mal weiter. Sollte man an Tim Walter festhalten, auch wenn man nicht aufsteigt? Meiner Meinung nach ja, fragte Robin.ho415. Kann ich nicht beantworten, die Frage. Grundsätzlich bin ich dabei. Grundsätzlich sage ich auch ja. Konstanz ist gut. Er baut etwas auf. Er baut auch etwas von relativ weit unten neu wieder auf. Insofern braucht er mit Sicherheit auch ein wenig mehr Zeit und Geduld, als man es vielleicht bei anderen Trainern hätte entgegenbringen müssen oder sollen. Trotz allem entwickelt sich eine Saison immer sehr, sehr stark in verschiedene Richtungen und das auch sehr schnell. Also wenn sich jetzt hier in irgendeiner Form zum Beispiel Diskrepanzen zwischen der eigentlichen Mannschaft und dem Trainer entwickeln, wenn zwischen Führung und Mannschaft und Trainer, wenn da irgendwelche, wie soll man sagen, atmosphärischen Störungen auftreten, die jetzt noch gar nicht vorhersehbar sind, muss man da natürlich reagieren. Ich glaube, dass das nicht passieren wird. So wie ich Tim Walter einschätze, wird er seinen Weg ziemlich gerade weitergehen. Ich glaube auch, dass der Vorstand inklusive Sportdirektor Michael Mutzel, dass die weiterhin sehr eng zusammenarbeiten und dort dementsprechend auch eng miteinander verbandelt sein werden. Insofern setze ich einfach mal darauf, dass Tim Walter auch über die Saison hinaus bleibt und wenn er die Entwicklung aus der Hinrunde mit jungen Spielern aufzubauen, wenn er die so fortsetzt in einem ähnlichen Maße, dann wäre ich sogar absolut dafür, dass man an ihm festhält, auch wenn man am Ende nicht aufsteigt. Aber ihr kennt es selbst, Stimmung auch im Umfeld und dergleichen, alles beeinflusst dann am Ende solche Entscheidungen und wenn er nicht aufsteigt, dann wird die Enttäuschung groß sein, dann wird ein ganz, ganz lange und breit nach den Schuldigen gesucht, dann werden Fehler aufgedeckt, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen oder gar nicht wissen. Ja, da muss man, da kann man nicht wirklich ganz seriös darauf antworten. Da kann man nur sagen, was man sich hofft, dass es so kommt und das habe ich, glaube ich, damit, hoffe ich zumindest, dass ich das damit getan habe. Brauni 23 fragt, was denkst du über Winsheimer als möglichen Ersatz für Kittel auf der Zehn statt kein Zombie? Nein, sehe ich nicht so. Man kann es natürlich spielen, wenn man mit zwei offensiven Außen, einem Mittelstürmer und dann mit Winsheimer dahinter spielt, dann hat man zwar keinen Zehner, also keinen Spielgestalter, sondern einfach mehr oder weniger einen Vierersturm dann, den man natürlich dann immer wieder taktisch ein bisschen im Spielvariable anpassen kann. Aber Winsheimer auf der Zehn, das halte ich für nicht sonderlich tragfähig. Ich halte es für eine Möglichkeit, mit Winsheimer und Glatzel vorne zu spielen im Sturm. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man auf 4-4-2 umsetzt oder auf 3-5-2. Das kann man natürlich alles sehen und machen, wie man möchte. Aber ansonsten sehe ich Winsheimer auf der Position nicht. Das zu Brauni Punkt 2-3. Akio Mitternachts, 6-7-9. Deine Meinung zur Pokalauslosung? Ja, bitte. Also hätte es viel besser laufen können? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und damit möchte ich gar nicht Karlsruhe unterschätzen, überhaupt nicht. Es gibt keinen leichten Gegner mehr in dieser Runde. Karlsruhe ist mit Sicherheit auch kein leichter Gegner, auch zu Hause nicht. Aber ein Heimspiel zu haben gegen einen Zweitligisten in einem DFB-Pokalviertelfinale. Also das würde, glaube ich, vor der Saison jeder unterschreiben. Und der HSV, auch vor dieser Auslösung, hätte er das mit Sicherheit so unterschrieben, genau wie ich. Deswegen sage ich einfach, Bombe. Hätte nicht sehr viel besser laufen können. Ich hoffe darauf, dass der HSV jetzt auch das Beste daraus macht und sportlich dementsprechend noch einmal nachlegt. Dann, hallo, moin, Volkspark-Team. Was ist für das nächste Auswärtsspiel vom HSV? Fragt Jonathan. Jonathan, deine Frage ist dann irgendwie unterbrochen und geht auch nicht weiter. Ich tippe mal, dass du fragen wolltest, was vorgesehen ist. Also ein Auswärtscouch wird es nicht geben. Ihr habt es ja mitbekommen. Wir können derzeit nicht im Studio von Alpha Films drehen. Mit den Jungs werden wir in Zukunft auch nicht mehr zusammenarbeiten können. Sehr gute Jungs. Ein sehr, sehr gutes Team. Also nicht, dass ihr denkt, wir sind da in irgendeiner Form großartig im Streit oder irgendwas, sondern es sind wirklich sehr gute Jungs. Aber nicht immer passt alles so, wie man es miteinander machen möchte. Und in dem Fall war es einfach eine Frage der Vernunft, das nicht mehr zu machen. Aber wir haben noch keinen Ersatz. Das stimmt. Wir sind dabei, über Twitch versuchen wir uns eine alternative Möglichkeit auszudenken, mit der wir euch dann auch mitnehmen können in diesen Auswärtsspielen oder bei unserem Sehen des Auswärtsspiels. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Aber das dauert leider noch ein bisschen. Also das nächste Auswärtsspiel jetzt in Darmstadt, das werden wir leider noch nicht mit euch zusammen sehen können. Wir werden dort stattdessen versuchen, ein wenig über Instagram ein bisschen live zu gehen. Vorher im Spiel, in der Halbzeit und da in der Phase ein bisschen mit euch zu kommunizieren. Hoffentlich reicht euch das erste Mal. Auf jeden Fall ist es zumindest die erste Alternative, wie wir dazu haben. So, nächste Frage. Ich gehe einfach mal auf die nächste Seite. Ich muss mal was wechixen hier. So, Meinung zu Bolt Mutzel fragt Paul.meinking. So, ja, das ist immer relativ pauschal gefragt. Ich glaube, dass beide einen Weg haben, den sie gehen wollen auch und den sie auch relativ konsequent gehen. Im Winter jetzt haben wir ja diese Diskussion, war es richtig, nur einen zu holen und zwei abzugeben oder war es nicht richtig? Grundsätzlich ist es immer besser, wenn man kein Risiko geht und ich glaube, das war der Weg, den Bolt und Mutzel dann am Ende gegangen sind. Zu sagen, wir gehen kein Risiko, weder finanziell. Das wäre nämlich die eine Möglichkeit gewesen. Da hätte man dann einen Spieler bekommen können, zum Beispiel den Sajis von Hoffenheim. Hat man nicht gemacht. Finde ich gar nicht unvernünftig. Nicht in die Zukunft investieren. Das heißt, dass man nicht schon zukünftige Einnahmen ausgibt. Das finde ich gut. Und die Mannschaft, und das habe ich vorher auch gesagt, die hat auch Qualität. Natürlich, natürlich muss man sagen, wenn sich jetzt Spieler verletzen, dann wird es relativ schnell, relativ dünn in diesem Kader. Aber dafür hat man dann wiederum Tim Walter. Und Tim Walter ist meiner Meinung nach jemand, der aus der Not eine Tugend machen kann und der es sehr wohl hinbekommt, dann auch dementsprechend Spieler aus der zweiten Reihe aufzubauen oder vielleicht sogar nochmal von unten welche hochzuziehen. Das hat er in der letzten Zeit auf jeden Fall bewiesen, dass das kann. Deshalb setze ich da darauf, dass das funktioniert. Und von daher glaube ich tatsächlich am Ende auch, dass die Entscheidung von Bolt und Mutzel richtig war. Ich sehe Bolt und Mutzel auch lange nicht so kritisch wie viele hier. Ich glaube, dass viele auch nicht mitbekommen, dass die beiden halt einen geraden Weg gehen, der natürlich auch von Leitplanken begrenzt ist, die man nicht immer nach außen kommuniziert. Weil kein Verein der Welt stellt sich hin und sagt, wir haben keine Kohle, wir können nichts machen, wir können nichts kaufen. Das machen die beiden auch nicht. Auch nicht, weil sie nicht jammern. Das ist auch nicht ihre Art. Aber natürlich auch, um nach außen nicht immer allen gleich klar zu machen, wo der HSV aktuell einzustufen ist. Das ist auch richtig. Das macht den HSV etwas wettbewerbsfähiger und lässt ihn dann interessanter sein für den einen oder anderen Klub, der eben noch nicht weiß, dass der HSV überhaupt gar keine Kohle hat. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht haben sie ja irgendwo eine kleine Goldarte und wir wissen es nicht und sparen einfach nur darauf, dass sie dann irgendwann den ganz großen Schlag machen. Also, naja, so wird es auf jeden Fall am Ende, würde ich mal behaupten, nicht sein. Aber trotz allem ist es gut, dass Bolt und Mutzel hier einen Weg haben, den sie gehen wollen und den gehen sie relativ konsequent. Auch das ist richtig. Lieber einen Weg konsequent als 10, wirklich zu 95% richtige Wege parallel zu gehen. Das macht einfach mehr Sinn. Ist Suhohn eine Option für die Außen oder welche Attribute fehlen ihm dafür? Fragt die Julius. Das ist mit Doppel. Dreifach ist 0,39. Für die Außen weiß ich nicht. Das sehe ich eher nicht. Ich sehe ihn eher auf Positionen, wo er sich reinwerfen kann, wo er kämpfen kann, wo er grätschen kann, wo er in die Zweikämpfe kommt. Weil er ist ein Wühler, er ist ein Arbeiter. Mit Sicherheit kann er auch den offensiveren Part im zentralen Mittelfeld spielen. Aber ich sehe ihn eher so auf der Acht als Wecharbeiter. So ein Ludovic Reis-Typ, einer der wirklich Technik hat, der den Pass spielen kann, der aber auch wegarbeitet, weil er einfach fleißig ist und weil er in die Zweikämpfe reingeht. Suhohn ist ein sehr spannender Spieler, weil er eine mental, also wirklich eine unfassbare Mentalität an den Tag legt. Die finde ich sehr spannend und diese Mentalität alleine hilft jeder Mannschaft schon mal weiter. Dazu ist er noch ein guter Fussi und hoffen wir mal, dass er jetzt auch bald wieder fit ist, damit er dann dementsprechend auch bald wieder eingesetzt werden kann. Alidu wechselt zu Frankfurt für ihn gut, obwohl Frankfurt jetzt noch Knauf geholt hat. Wow, spannende Frage, fragt Maxima Advani. Dass er da starke Konkurrenz an wird, das wusste er. Er wusste vielleicht nicht, wer da noch alles sein wird, aber er wusste, dass es auf jeden Fall starke Konkurrenz sein wird in Frankfurt. Und die hat er mit Knauf nochmal. Also da wird ihm nichts geschenkt, da wird er sich richtig reinbeißen müssen. Und da wird er sich mächtig steigern müssen, auch zu dem, was er jetzt bislang in der Rückrunde zeigen konnte. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er in Darmstadt schon wieder zeigen wird, dass er deutlich stärker ist, als die ersten Spiele jetzt im neuen Jahr von ihm waren. Und ich glaube, dass das ganz, ganz stark damit zusammenhängt, dass Tim Walter ihm sehr viel Vertrauen entgegenbringt. Von daher ist der Wechsel nach Frankfurt immer auch ein Risiko. Finanziell ein toller Gewinn für ihn, aber mit Sicherheit sportlich auch ein Risiko. Das muss er wissen, das wird er sich lange überlegt haben, hoffe ich zumindest. Und dann muss er sich der Konkurrenz stellen, dann ist es scheißegal, ob da am Ende Cristiano Ronaldo aufläuft oder ein Manuel Winshammer. Also da muss er sich durchsetzen und das wird er gewusst haben, bevor er den Vertrag dort unterschrieben hat, behaupte ich einfach mal. So, Moin Scholle. Denkst du, es kommen noch vereinslose Spieler? Gruß Luka? Nein, glaube ich nicht. Moin Scholle. Ist die Untätigkeit im Transferfenster ein Vertrauen in den bestehenden Kader? Fragt Enkelas. Enkelas, das ist so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, man macht es jetzt so, man dreht es so, dass man dem Kader sehr stark vertraut und es deswegen so gemacht hat. Auf der anderen Seite hätte man natürlich gerne was machen wollen, das ist bekannt. Also hätte man die Möglichkeiten gehabt, ein, zwei Spieler zu holen, hätte man sie geholt, ist das dann kein Vertrauen, ist die Frage. Oder ist es dann einfach nur die Möglichkeit, den Kader zu verbessern? Also ich würde es weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, würde ich das zu hoch hängen, sondern ich würde einfach sagen, dass man hier einfach die Vernunft hat weiten lassen und nicht irgendwie versucht hat, hier wieder großartig Risiko einzugehen. Wie knacken wir Darmstadt? Hier kommt man dauernd Nachrichten rein, entschuldigt. Wie knacken wir Darmstadt? Ja, wie knacken wir Darmstadt? Das wird schwer. Darmstadt spielt defensiv sehr stark. Man hat hinten mit einem Hamburger übrigens, mit Patrick Pfeiffer, einen sehr starken Innenverteidiger. Rückholaktion von Patrick Pfeiffer. Die Frage nehme ich damit dann gleich mal zurück. Schutz, Konstantin? Noch nicht. Ich würde ihn nicht zurückkaufen. Das wäre so eine prinzipielle Geschichte bei mir. Wenn ich einen Spieler irgendwann mal abgegeben habe für sehr kleines Geld, dann würde ich ihn nicht teuer zurückkaufen. Und er hat aktuell einen Marktwert von anderthalb Millionen. Patrick Pfeiffer ist aber ein sehr spannender Spieler. Der hat auf jeden Fall Potenzial. Er ist groß. Er ist sehr schnell. Er ist zweikampfstark. Der beste Zweikämpfer der Liga. Ja, also da muss man auch erstmal dran vorbeikommen. Dann hat man noch einen Klaus Jasula, der da auch wieder aufdreht. Also ein Spieler, der hier in Hamburg wirklich trotz Vertrauens, das man ihm entgegengebracht hat, am Anfang überhaupt nicht performt hat. Und in Darmstadt funktioniert er. Ich kann es nicht erklären, wie sowas immer wieder passiert. Aber es passiert dem HSV leider auffällig oft. Also es wird schwer. Der HSV wird vorne sehr kreativ sein müssen. Da ist der Ausfall von Winzhammer echt, äh von Winzhammer, Entschuldigung, von Sonny Kittel natürlich wirklich hart. Gerade in dem Spiel ist es ein ganz, ganz schwer zu verkraftender Ausfall. Aber gut, der HSV muss improvisieren. Und sie haben selber gesagt, sie können das. Der Trainer hat gesagt zu den Nicht- oder zur Tatlosigkeit im Winter, dass man immer schon hat improvisieren müssen und dass man es immerhin bekommen hat. Also wird er es dort auch machen müssen. Nur vor allem muss man defensiv natürlich echt stabil stehen. Weil man vorne, haben sie ja noch einmal richtig, richtig Torgefahr. Also da muss der HSV wirklich aufpassen. Das wird nicht einfach. Da bin ich mir ganz sicher. Meißner abzugeben verstehe ich nicht. Warum legt Rubisch nicht sein Veto ein? Ich glaube, Rubisch hatte da kein Veto recht in dem Moment. Der konnte da nicht großartig was einlegen. Ohne Backup im Sturm sehe ich schwarz mit dem Aufstieg. Wie siehst du das? Beide Fragen kommen von Ralf Lübbe. Deswegen habe ich sie mal zusammengefasst. Nein, ich sehe nicht schwarz. Ich finde es schade mit Meißner. Das habe ich, glaube ich, mehrfach schon geschrieben und gesagt. Ich glaube, dass Meißner viel Potenzial hat, dass man nicht gar nichts versucht hat, großartig rauszukitzeln. Aber es gibt solche Spieler, die mit Trainern einfach irgendwie nicht auf derselben Wellenlänge sind. Die irgendwie nicht miteinander klarkommen oder wo der Trainer einfach sagt, das brauche ich nicht. Seine Attribute brauche ich gerade nicht. Andere sind da besser und mir lieber. Leider. Schade. Ich finde es sehr schade, dass man Meißner abgegeben hat. Aber deswegen ist der Aufstieg jetzt noch nicht verspielt. Wie sie sauer fragt, Adler oder Drobny? Also beides ganz tolle Typen. Adler, für mich immer noch eins der größten Talente im deutschen Torwartbereich. Hat sich dann leider zu früh verletzt und war auch danach dann leider immer wieder zu verletzt und ist dann verletzt. Ja, Gustav Drobny. Einfach ein sensationeller Typ für jede Mannschaft. Für uns Journalisten eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Der Junge hat wirklich mit keinem von uns geredet. Und das war auch in Ordnung, weil er hat es wirklich dann konsequent durchgezogen. Er hat wirklich mit gar keinem gesprochen. Aber er war für die Mannschaft einfach geil. Er war eine Respektsperson für die jungen Spieler. Hat den jungen Spielern auch viel geholfen. Hat intern dann auch das eine oder andere Mal ein bisschen übertrieben mit seiner Rolle. Aber insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, mochte ich Drobny. Ich mochte vor allem seinen Humor, weil er wirklich sehr, sehr witzig sein konnte. Aber wie gesagt, mit uns viel geredet hat er nicht. Und insofern habe ich ihn nicht so intensiv in der Außenwirkung wahrnehmen dürfen wie andere. Also da war Adler natürlich deutlich zugänglicher oder ist er ja immer noch. Ja, trotzdem. Der bessere Torhüter, glaube ich, vom Prinzip her war Adler oder wäre Adler gewesen. In Bestform ein Drobny war aber eine herausragende Nummer zwei im HSV-Tor. Also so ein Keeper auf der Ersatztor, der Torwart-Positionsarme ist schon nicht schlecht. Der echte Bensko fragt, auf welcher Position wird Georgi spielen? Also Schakvetazze. Schakvetazze wird im Mittelfeld auf der Acht spielen, vielleicht auch mal auf der Zehn. Und ganz selten, wenn es denn nötig wird, mal auf der Außen. So zumindest hat es der Trainer angekündigt. Ich kann noch nicht genug sagen zu ihm, ehrlich gesagt. Ich finde seine Ansätze sehr gut. Ich finde seine ersten Meter, da ist er extrem schnell. Er hat in der Ballannahme und Mitnahme, hat er im Test gegen mit Jüland, der ja nun wirklich relativ in die Hose gegangen ist, 1 zu 5, hat er trotz allem gezeigt, dass er gute Aktionen im Kopf hat und dass er sie auch spielen möchte. Wenn er sie umgesetzt bekommt, glaube ich, wird das ein ganz, ganz spannender Spieler. Dann kann der sich sogar sehr, sehr gut mit Sonic Kittle ergänzen. Also von daher, er wird auf der Acht, auf der Zehn, auf den Außenbahnen, auf der Sechs sehe ich ihn eher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Trainer ihn da sieht, aber könnte er auch theoretisch am Ende natürlich spielen. Dann, was denkst du, wird sich im Vergleich zum Hinspiel gegen Darmstadt ändern auf beiden Seiten? Schwer zu sagen. Der HSV ist stabiler Defensiv. Darmstadt ist in beiden Richtungen sehr stabil. Also ich glaube, es ist ein Spiel wird, wo beide Mannschaften von Beginn an hohen Respekt voreinander haben werden. Und ja, ich kann aber nicht sagen, ob es jetzt ein offener Schlagabtausch wird, weil eine von beiden Mannschaften wird sich da schon was einfallen lassen, um den Gegner zu überraschen. Normalerweise würde man denken, beide tasten sich erst einmal ein Spiel hinein, aber irgendwie passt das nicht zu Tim Walter. Von daher glaube ich, dass der HSV wieder volle Kanne gehen wird. Und dann wird man sehen, ob Darmstadt dem Ganzen standhält. Ich hoffe, sie schaffen das einmal nicht. Ich finde sie ansonsten sehr sympathisch in ihrer Art, wie sie spielen, mit der Mannschaft, mit der sie spielen, die Mittel, die sie zur Verfügung gehabt haben. Also daraus so viel zu machen, ist schon wirklich allen Ehren wert. Und dem zoll ich auch wirklich meinen Respekt. Aber am Wochenende natürlich nicht. Da geht es nur der HSV. Welchen Offensivspieler könnte weiter aus der Regio-Mannschaft auf dem Schirm haben? Ja klar, also Robin Velasco auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Elijah Kahn, das ist kein Offensivspieler, aber einer fürs Mittelfeld, dass er den sehr weit oben auf seiner Liste hat. Ja, Elijah Kahn hat wirklich spannende Ansätze. Auf der 6, auf der 8 kann er beides. Er hat ihn auch schon sehr oft gebracht, der Trainer. Und ich glaube, dass er Elijah Kahn so langsam einbauen will. Also ich glaube, dass er den auch mal bringen wird, wenn es gar nicht zwingend notwendig sein wird. Einfach um dort nochmal eine Alternative mit aufzubauen. Muss er natürlich jetzt auch, nachdem er den Winter 2 abgegeben 1-0 geholt hat, muss er natürlich sehen, dass er sich von unten, in Anführungsstrichen von der U23, oder U21, dass er sich von dort noch einmal ein paar Alternativen aufbaut. Und Elijah Kahn ist für mich da Nummer 1. Man hat ein Band Andresen für die Außenbahn. Man hat einen Robin Velasco, den er, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat, ehrlich gesagt. Ich kann nicht genau sagen, warum. Aber den hat er noch nicht so auf dem Schirm. Der ist körperlich natürlich noch ein bisschen hinter dem, was er vielleicht sein müsste, um in der 2. Liga zu bestehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich solche Spieler auch erstmal in der 2. Liga bringen, damit sie dann wissen, worauf es ankommt. Und diese Härte dann auch irgendwann sich erspielen und erlernen. Und ich würde Robin Velasco immer schon mal mittrainieren lassen. Ich würde ihn mitnehmen, weil ich glaube, dass das ein sehr spannender Spieler ist. Und ja, ich hoffe, dass der Trainer ihn genauso auf dem Schirm hat, wie er einst Farid Alidou im, ja, wieder allen Empfehlungen von den Scouts und aus der Nachwuchsabteilung. Den hat er ja auch hochgezogen. Hat Meissner wirklich so abgebaut oder ist es eine Systemfrage, fragt Nico. Nico, Meissner, glaube ich, hatte jetzt genug hier im Thema. Ja, der Trainer und der Spieler, das hat irgendwie nicht so gefunst, das hat nicht so gepasst. Der Trainer brauchte ihn von seiner Spielweise nicht. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ehrlich gesagt habe ich nie irgendwas gehört. Ich glaube einfach, dass es sportlich nicht gepasst hat bei beiden und dass man dementsprechend dann am Ende gesagt hat, man trennt sich, was ja durchaus dann auch einigermaßen vernünftig ist. So, und dann haben wir noch ein paar Fragen aus dem E-Mail-Postfach. Ich fange mal mit Kaschis Frage an. Er fragt, kannst du Bent Andresen beurteilen und seine Chancen für die erste Mannschaft aufzulaufen beurteilen? Ja, ganz spannend. Er kommt aus meinem Heimatverein, dem Niederver TSV. Ist ein wirklich sehr, sehr talentierter Junge. Ist körperlich, glaube ich, noch nicht so, dass er sofort reingeworfen werden kann und 90 Minuten lang seinen Mann steht. Ich glaube aber, dass es einer ist, der sehr schnell adaptiert. Das heißt, er sehr schnell die neuen Bedingungen erkennt und dann auch weiß, was er leisten muss, um dort zu bestehen. Und er passt sich gut an. Also ich glaube, dass er die Zeit, die er jetzt schon mal den Profis mittrainiert hat, hat er schon Fortschritte gemacht und er wird weiter Fortschritte machen. Die wird er allerdings effektivsten oder am effektivsten machen, wenn er auf dem Platz steht. Deswegen würde ich ihm immer wieder mal Spielzeit geben. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall bei ihm am Ende, weil er sich dann dort zu einem Zweitligaspieler allemal entwickeln wird. Weiter geht's und zwar mit einer Frage von Gnot. Der fragt, der HSV hat so eine gute Verbindung. Nach Dänemark immer wieder spielen junge dänische Talente oder doch entwicklungsfähige Talente Anfang 20 mit ihren Vereinen auf dem HSV-Gelände vor bei Testspielen. Warum ist da in der ganzen Zeit nicht mal einer dabei gewesen oder auch im Mitternat? Gab es dazu mal ein Statement? Nein, direkt nicht. Also es gab jetzt kein Statement, warum die Dänen jetzt beim HSV auch nicht so hoch in der Hochkonjunktur haben. Gab es nicht. Ich habe auch nicht alle Mannschaften gesehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe die Mannschaften gesehen, die gegen die Profis trainiert haben. Da waren immer wieder mal wirklich interessante Spieler dabei. Ich weiß auch, dass der HSV sich bei dem einen oder anderen erkundigt hat. Aber auch die sind finanziell für den HSV schon nicht mehr einfach mal ebenso stemmbar. Bei den Talenten ist es nochmal was anderes. Bei den jungen Spielern, da müsste man mit Sicherheit einen besseren Zugriff haben können, weil die noch nicht im Millionenbereich sind bei den Ablösesummen. Aber da kann ich dir leider wirklich nicht sagen, ob da habe ich den Überblick über den dänischen Markt, habe ich einfach ehrlich gesagt nicht. Da kann ich dir nicht sagen, ob da jetzt beim HSV irgendwas vermasselt oder verpasst wurde. Tut mir leid, Knot. Hätte ich lieber oder hätte ich dir gerne besser beantworten können. Christoph Wallow, Stammgast. Wieder mit vielen Fragen hier. Warum Wintertransferfenster? Das lass mir einfach mal außen vor. Spricht für dich überhaupt etwas dafür, dass die Verträge mit Winsheimer oder Jambara verlängert werden? Man muss erstmal bessere Spieler finden. Ich finde Winsheimer immer noch einen sehr, sehr mannschaftsdienlichen Spieler. Einer, der sich immer voll reinhaut. Egal, ob er von der Bank kommt oder von Beginn an spielt. Diese Einstellung hast du nicht mehr überall. Und er hat eine gewisse Torgefahr, die haben viele andere nicht. Er wird nur auf den Außenbahnen eingesetzt beim HSV aktuell. Und dort kann er natürlich seine Torgefahr nicht so ausspielen, wie er es noch in der letzten Saison teilweise im Sturmzentrum konnte. Da muss man gucken, ob man wirklich alles probiert hat mit ihm oder ob es am Ende dann einfach nicht mehr sinnvoll ist. Das werden die Beteiligten besser beantworten können. Jan Jambara sehe ich so ein bisschen ähnlich wie damals bei Dennis Diekmeier. Hat man einen besseren? Klar, dann tauscht man ihn aus. Dann sagt man einem Jan Jambara, vielen Dank. War eine schöne Zeit mit dir, aber es reicht halt jetzt aktuell nicht mehr. Findet man ihn nicht, ist Jan Jambara für mich immer einer, der wirklich relativ solide die rechte Bahn spielt. Oder manchmal ja sogar auf der linken Bahn. Aber tendenziell sollte er dann auf der rechten Bahn eher zu Hause sein. Von daher sehe ich ihn dort. Aber wie gesagt, immer eine Frage der Alternativen. Warum patzt Johannsson eigentlich immer in Testspielen? Zögert er zu lange bei seiner Entscheidung? Ja, schwere Frage. Wenn es nur nach Testspielen gehen würde, wäre Marco Jürgensson eine ganz, ganz große Fehlentscheidung der Verantwortlichen damals gewesen. Geht es aber nach den Spielen in der zweiten Liga, muss man sagen, hat er richtig gute Spiele gemacht und hat gezeigt, dass er ein richtig guter Keeper sein kann. Also mir ist es lieber so rum als andersrum. Und von daher, ja, ich kann dir nicht sagen, warum er immer wieder patzt. Vielleicht ist es einfach so die Situation, dass er nicht die Anspannung hat wie bei einem Punktspiel. Vielleicht ist es die Situation, dass er jetzt weiß, dass er wieder nur die Nummer zwei ist, dass er hinter Daniel Heuer-Fernandes im Tor steht und nicht die Nummer eins ist. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber es ist auffällig. Es stimmt. Das muss ich dazu sagen. Weißt du schon mehr, was die Call-In-Show mit Jan Stahl angeht und wann es losgeht? Jan Stahl scharrt mir in den Hufen, das weiß ich. Und wir haben jetzt auch natürlich durch unsere Umstellung, weil wir jetzt nicht mehr in dem Studium mit Alpha-Film sind, haben wir einige Umstellungen intern erst mal zu bewerkstelligen und danach werden wir uns dann auch daran setzen. Ich glaube, dass das ein sehr spannendes Ding wird, dass es sehr viel Spaß machen kann, mit euch dann auch mal live zu kommunizieren und zwar nicht nur über irgendwelche Fragen, die ihr mir online stellt, sondern Fragen, die wir dann direkt per Telefon stellen können oder uns dann natürlich, uns, weil Jan ist ja genauso dabei dann. Jan ist auf jeden Fall ein glühender HSV-Fan und mit dem Jungen werde ich noch sehr viel Spaß haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ein ganz, ganz toller Typ. So, dann letzte Frage von Bob Rooney. Mich würde mal deine ähnliche Einschätzung zur Arbeit von Bolt und Mutzel interessieren. Ich glaube, das habe ich jetzt schon beantwortet, das hatten wir ja vorhin schon, dass ein anderer Weg eingeschlagen werden musste und dann noch Corona zukommt, macht den Job nicht einfacher, hätte das Ergebnis der Arbeit besser aussehen müssen. Immer. Es hätte immer besser aussehen müssen. Das weiß man, wenn man nicht weiß, wie es noch besser hätte gehen können, dann hört man auf, sich zu entwickeln. Und in dem Fall ist es hier genauso. Es gab, das ist aber eine sehr, sehr weit gefächerte Frage. Da müsste ich eigentlich meinen eigenen Blog zu machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Bob, damit hätte ich dir und deiner Frage mehr gefallen und vor allem auch den beiden, Bolt und Mutzel, weil das mal eben so abzukaden und zu sagen, hier, das war gut, das war nicht gut, das wäre zu einfach. Das funktioniert nicht. Das muss man im Kontext sehen und das wiederum bedarf einer langen Ausholphase. Das möchte ich euch aber hier im Community Talk jetzt nicht mehr zumuten. Im Gegenteil, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die vielen Fragen. Seid mir nicht sauer, nicht böse, wenn ich eure Frage nicht beantwortet habe. Vielleicht ist sie dann beim nächsten Mal dabei. Ich mache das wirklich per Zufall hier immer wieder und sehe zu, dass ich möglichst alle einmal reinbekommen. Aber es ist halt einfach nicht möglich. Und wenn ihr vielleicht eine größere Chance haben wollt, mit eurer Frage durchzukommen, dann macht es per E-Mail. Per E-Mail kommen noch nicht so viele Fragen wie über Instagram. Instagram ist tatsächlich immer so eine aus zehn, die ich vorlesen kann und beantworten kann. Von daher versucht es per E-Mail nur so als kleinen Tipp. Also, bis dahin, erst euch mal, ja, euch erst einmal einen richtig schönen Restdonnerstag. Genießt diesen Tag, wann auch immer ihr das seht, den Tag dann dementsprechend. Und wir sehen und hören uns dann nach dem Spiel in Darmstadt wieder. Ich hoffe, dass der HSV da dann den nächsten Tabellenführer hat schlagen und kippen können. Es wäre schön, in Darmstadt wird es aber schwer, das wissen wir alle. Und wie gesagt, bis dahin, euch erst einmal ein paar richtig schöne Tage. Genießt sie, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wir sehen und wir hören uns dann. Bis dann, ciao. Und wir sehen uns dann. Vielen Dank.